Donalds gegen Burger King oder Tempo vs. Taschentücher. Ziel muss es hier eigentlich sein, der Plattform wirklich die Menschen nicht umzustimmen, sondern das Ganze in eine andere Nische reinzuschieben, um wirklich Erfolg zu haben. Doch das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Man sieht ja auch, dass Bitcoin wirklich 85% Marktanteil hat und als zweites Ethereum 5,2%. Aber es ist natürlich sehr schwierig, als Zweiter daraus zu kommen. Man muss zwar versuchen, irgendwie besser, schneller, günstiger und sicherer zu sein, aber das Wichtigste von allem ist im Endeffekt natürlich die Akzeptanz der Leute. Und die ist bei Bitcoin natürlich am höchsten aktuell. Ja, die interessante Frage, investiere ich aktuell in Bitcoins und falls ja, wie würde ich es tun? Zuerst einmal, Bitcoins sind für mich kein Investment, sondern gleichen eher dem Spekulieren. Warum? Also bei einer Aktie ist es so, bei dem Investment geht es um die Teilnahme an einer Wertschöpfung, wie es zum Beispiel ein Bau von Maschinen ist. Bei Bitcoins handelt es das eher wie mit dem Gold. Es wird kein Wert generiert und die Menge ist begrenzt. Also wir können nur darauf spekulieren, dass jemand in der Zukunft bereit dafür ist, mehr für das zu zahlen, als wir gezahlt haben. Darum sagen viele, Bitcoin ist kein richtiges Investment. Für mich ist das Ganze ein bisschen vergleichbar mit dem Crowdfunding. Es gibt zwar ein sehr hohes Potenzial, aber dem gegenüber steht natürlich immer der Totalverlust. Man sollte hier sein Geld also als Wagniskapital oder Spielgeld sehen. Also Bitcoin, Aktien oder ETFs kommen aktuell noch nicht in Frage, weil man hier nur indirekt von den Bitcoins profitieren kann und damit nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann. Zudem hat man natürlich auch noch das Risiko, neben des Bitcoins, dass auch das Unternehmen in die Schieflage geraten kann. Andere Kryptowährungen kommen auch nicht in Frage, wegen dem Punkt des ewigen Zweitens. Klar kann man natürlich auch da mal einen Lucky Shot machen, aber das Risiko ist nochmal eine Stufe höher. Wenn man natürlich in diesem Bitcoin-Netzwerk ein bisschen mitspielen will und günstig minen möchte zu niedrigen Kosten und das nicht selbst machen will, dann ist natürlich das Cloud-Mining interessant. Aber man darf das Ganze auch nicht durch die rote-rose Brille sehen. Man kann hier nicht schnell reich werden mit. Wenn man nach einem Investment sucht, was lukrativer ist und relativ einfach, dann ist es wahrscheinlich einfach Bitcoins zu kaufen und verkaufen bzw. zu halten. Oder man schnuppert mal in dieses P2P Bitcoin-Landing rein, wobei das auch mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Ich persönlich habe noch nicht in Bitcoins investiert. Falls ich es tun werde bzw. plane, dann kaufe ich erstmal Bitcoins in reiner Form, weil man sich dann nicht so tief in die Materie reinfuchsen muss und trotzdem von dem Potenzial profitieren kann. Ja, zum Schluss noch ein paar praktische Tipps, falls ihr euch wirklich damit genauer beschäftigen wollt. Money Management. Ja, ich würde nie mehr als 5% meines Vermögens in Bitcoin investieren, um das Risiko der Downside nicht zu hoch zu haben. Dann, ich würde auch nur Spielgeld nehmen, um mein Gefühl dafür zu bekommen und würde natürlich auch einen längeren Zeithorizont mitbringen und nicht nur ein, zwei Wochen. Ja, eine sichere Plattform ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, damit man hier in keine Falle gerät, also Impressum prüfen, Erfahrungsberichte checken, ist es hier in Multi-Level-Marketing, eventuell nur in deutsche Plattformen und so weiter und so fort. Ja, generell würde ich nicht bei positiven oder negativen Schlagzeilen kaufen. Am besten, wenn es so ganz still und leise ist, also wieder antizyklisch, so wie Warren Buffett das macht. Und man sollte auf die Halbierung der Bitcoins achten, das Bitcoin Halving. Da verlinke ich auch nochmal eine Seite unten in der Beschreibung. Außerdem würde ich die Bitcoins, die ich nicht benötige, also halte, würde ich in einer Offline-Wallet speichern, um das Risiko eines Diebstahls wirklich weiter zu minimieren. Da gibt es auch zahlreiche Anbieter wie Tresor. Man kann sich die sogar ausdrucken lassen und wirklich in einen Tresor bei der Bank legen. Ja, falls du in Bitcoins investieren willst und eine seriöse und sichere Plattform in Deutschland suchst, dann verlinke ich dir mal die Bitcoin.de. Und wenn du neu auf dem Kanal bist und mehr zum Thema Geld und Börse lernen willst, auf eine einfache und lustige Art, ohne blinde Zockerei, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen oder Probleme hast, komm gerne bei uns in der Facebook-Community vorbei, denn dort wird dir immer geholfen. Bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag. Vielen Dank.